Der Begriff Voluntastrol ist dir wahrscheinlich nicht bekannt. Aber hör dir mal an, um was für eine coole und heilsame Substanz es sich hier handelt. Voluntastrol ist ein gutes, starkes Heilmittel für das Gehirn. Die Zusammensetzung zuerst einmal. Es besteht aus Bioflavonoiden, aus Zitrusfrüchten. Dann haben wir Kamelenblüten-Extrakt und Kakaobohnen-Extrakt. Wenn du das hörst, denkst du, was soll das? Das ist ja nichts Besonderes. Aber diese Mischung macht es aus. Wir müssen uns die Wirkungen anschauen. Was jetzt passiert, wenn du so ein Produkt zu dir nimmst? Es wirkt dieser Silent Inflammation, diesen neurogenen Entzündungen im Gehirn entgegen. Diese Entzündungen werden heruntergesetzt. Unser ganzer Körper ist ständig solchen Entzündungen ausgesetzt, auch im Gehirn, mit allen Spätfolgen. Zweitens, es verbessert die Durchblutung im Gehirn. Ganz wichtig wird, unser Gehirn kann nur funktionieren, wenn die Durchblutung vollständig ist. Und der dritte Punkt, es erhöht die Menge an Neurotransmittern. Neurotransmitter sind Substanzen, die die Erregung von einer Zelle auf die andere übertragen. Wenn die fehlen, dann stimmt die Gehirnfunktion nicht. Bei psychischen Störungen sind sie vermindert. Diese Neurotransmitter werden erhöht. Du siehst, es hat Wirkung im Gehirn. Es ist praktisch ausschließlich ein Heilmittel für Gehirnprobleme. Der Hersteller von Voluntastrol ist übrigens derselbe wie von Salvestrolen. Darüber gibt es ein separates Video. Entwickelt wurde dieses Produkt, um gehirngeschädigten Menschen eine Verbesserung zu ermöglichen. Also Schäden nach einem Unfall, Schädel-Hirntrauma oder Schäden nach einem Schlaganfall oder nach einer Gehirnerschütterung. Diese Menschen haben nachher eine gestörte Gehirnfunktion. Und das war der Grund, warum man dieses Voluntastrol so zusammengesetzt hat. Und da hat man als Nebenprodukt gesehen, dass es eben auch bei Depressionen hilft. Also Gehirngeschädigte, die etwas depressiv waren durch das Problem, durch die schweren Lebensumstände, sind auch psychisch etwas aufgehellt. Und deswegen hat es mittlerweile in meiner Praxis die Hauptfunktion bekommen als Antidepressivum. Egal was die Störung ist im Gehirn, Voluntastrol versuchen. Man kann es zusammen mit Antidepressiva nehmen, es stört sich überhaupt nicht. Es gibt ja noch die andere Substanz Johanniskraut, auch bei Depressionen. Dort muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei Voluntastrolen ist kein Problem, ich kenne keine Interaktionen mit Antidepressiva. Also das kann man jederzeit nehmen. Und die Dosis ist auch nicht hoch. Ich gebe im ersten Monat, wenn jemand zu mir kommt mit Depressionen, gebe ich im ersten Monat zwei am Morgen, zwei am Abend. Und nach vier Wochen kann man auf die Hälfte zurück. Also eins morgen, eins am Abend. Und dass für ein paar Monate eine leichte bis mittelschwere Depression verschwindet, ohnehin auch ohne Therapie in einigen Monaten und mit Voluntastrol kann man diesen Prozess beschleunigen. Alla 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 Alla